Hinten sein und vorne sein Mein Stern über mir Mein Stern unter mir Mein Engel in mir Aufströmen und Abströmen Eng werden und weit werden Einströmen und Ausströmen Atmen Dann fängt es an, dass man bewegt wird Erstaunend Berührend Befreiend Ermutigend Das ist Eintauchen und Auftauchen Wir haben dem Text den Namen Die Kraft der Gesundheit gegeben Weil hier jetzt die in uns wirkten Kräfte nicht als einzelne Kräfte angesprochen werden Sondern immer in ihrem Zusammenwirken Wie sie strömen, wie sie strahlen Und so wirken sie auch zusammen in unserer inneren Gesundheit und Lebendigkeit Als Menschen leben wir eigentlich zwischen unserem inneren geistigen Raum und dem äußeren Raum Und repräsentiert wird das einmal durch den Raum hinter uns Wir heben die Hände zur Seite und spüren mit dem Rücken, den Schulterblättern, dem Hinterkopf und auch sogar den Beinen und den Armen in diesen Raum und dann merkt man, es zieht einen leicht zurück Und wir lassen diesen Zug eine Zeit lang wirken, ohne dass wir aber krumm werden dabei Dann stellen wir innerlich um und spüren in den vorderen Raum, in dem wir uns als Menschen hineinbewegen, in dem Raum, in dem wir leben und wo wir auch unsere Liebe schenken Dann spüre ich meinen Rücken, meine Schulterblätter, meine Flügel, ströme im Rücken nach oben Ich lasse die Arme wie Flügel steigen Gebe Streckungsenergie in die Arme, bis ich einen imaginären Kreuzungspunkt über mir bilde Und ihn wie einen Stern erlebe über mir, meinen Zenit Und merke dann, dass unter mir, spiegelbildlich dazu, auch ein Stern entstanden ist Ich lasse den Stern im Zenit los, lasse die Arme schwerelos von den Flügeln getragen nach unten sinken Und suche den Stern unter mir auf Und durch eine leichte Streckenergie in den Armen kann ich auch dort den Kreuzungspunkt unter mir bilden Und wenn ich diesen habe, kann ich wieder merken, dass auch der Stern über mir leuchtet Dann lasse ich los und gehe mehr atmen in die Weite Spüre mein ganzes Atemwesen und auch, dass das ein Engelwesen ist, das da in mir wirken kann Mein Engel Und gehe dann so nach innen, dass ich das mit hereinnehme, kreuze die Hände Spüre den Druckpunkt der Arme als Symbol für den Punkt in mir, in meinem Herzen Wo auch hier diese Kraft anwesend ist und wirkt Mein Engel In mir Dann richte ich mich an die in mir strömenden Kräfte Greife nach unten Ströme langsam mit den Händen nach oben Dass ich diesen Strom spüre Oben lasse ich los Wechsle Und ströme wieder nach unten Aufströmen Und abströmen Ich löse die Handgelenke, lasse den Strom gut nach unten weg Nehm die Hände neben meinen Körper Und ziehe jetzt meine Körper so zusammen, dass es auch die Hände mit ran zieht Die ganze Aura legt sich an den Körper an Eng werden Und dann versuche ich so in meinen Körper rein zu spüren, dass sich alle seine Zellen und Poren ein bisschen ausdehnen Und auch das Volumen meiner Aura sich größer anfühlt Das nimmt die Hände auch ein bisschen mit nach draußen Weit werden Als drittes Nehme ich meine Hände auf Herzhöhe Und ströme von außen mit der Hilfe der Hände auf meine Herzregion zu Einströmen Und lasse es wirklich in mich reinkommen Dann lasse ich los Wende Und benutze die Hände um einen Strom zu erzeugen Der hinausführt Ausströmen Und bei all diesen Prozessen haben Sie vielleicht gemerkt Das findet nicht nur da statt, wo ich gerade was mache, sondern auch die Beine haben mit geschwungen Ganz leicht, nicht stark, aber innerlich durchströmt Bei diesem ersten Durchgang mit dem Strömen haben wir uns darauf konzentriert, ganz in dem Strömen zu sein Ohne uns dabei zu verlieren Danach Danach Sagen wir uns aber auch, dass immer das Gegenteil passiert Sobald man in den Strömungsprozessen ist Und machen das Gleiche nochmal Wir strömen auf Sind ganz im Strömen drin Merken dann aber, dass auch in uns ein Strom nach unten geht Und gehen auch mit diesem Strom nach unten mit Passiv Und merken, wie wir Wurzeln in den Füßen kriegen Und wenn wir die Hände drehen und abströmen Merken wir Ab einem bestimmten Punkt Es richtet uns auch auf Und wir lenken unser Bewusstsein auf die Ursachen Die diese Gegenströmungen wie von alleine bewirken Und wir versuchen das auch beim eng und weit werden Also wir werden eng, ziehen die ganze Aura heran Und merken aber, dass diese Konzentration auf einer anderen Ebene Auch durch eine Weitung des Körperbewusstseins begleitet wird Ich spüre doch noch eine große Aura Aber ganz fein Dann Werde ich groß, dehne mein Körperbewusstsein von der Körperseite her aus Und gehe da ganz rein und merke aber dann trotzdem Entsteht auch ein Zentrum, eine Vertikalität Und beim Einströmen kann ich beobachten Ich ströme rein Aber ich kann es so tun, dass ich mich trotzdem nach vorne öffne Und etwas nach vorne hinaus geht Und wenn ich dann hinausströme Verliere ich mich nicht nur, ich werde nicht nur leer Sondern durch das Hinausströmen auf einer anderen Ebene Erfüllt mich auch etwas Und wenn man dann loslässt Werden Sie wahrscheinlich bemerken Dass der Körper mit einem angenehmen Gefühl darauf reagiert Sich ausdehnt, voll wird Und dadurch natürlich auch der Atem in uns ein- und ausströmt Atmen Nicht ich atme, sondern es atmet in mir Wenn der Körper in seiner Vitalität sich ausleben kann und aufblühen Dann entsteht ein Raum, in dem auch unsere Seelenkräfte sich belebt Und genährt fühlen Dann fängt es an, dass man bewegt wird Die Hände schicken wir vom Herz aus Wie zwei Strahlen in die Umgebung und betasten die Umgebung Und merken aber auch, dass umgekehrt ein ernährender Strom zu uns zurückkommt Wenn wir das merken, greifen wir den auf Und bringen in uns noch etwas näher und zu Bewusstsein Wir werden von dem berührt, was wir erlebt haben Dann nehmen wir es ganz in uns hinein In unser Innerstes und lassen es fruchtbar werden Und merken, das gibt uns eine Kraft, die uns frei machen kann Und wenn wir das gemerkt haben Dann können wir nochmal bewusst loslassen In den Raum unter unser Zwerchfell auch noch hinunterspüren Wo unsere Willenskräfte leben Und auch diese mit unserer Wärme umfangen Und ihnen eben Mut machen oder Kraft geben Um uns in die Welt zu tragen und zu begleiten Dann bilden wir mit unseren Händen eine Parallele Wo wir einerseits unsere Körperlichkeit spüren Und auf der anderen Seite der ganze Strom, der vom Herzen kommt Und beides zusammen lassen wir so fließen, dass es uns einerseits zentriert hält Aber auch in die ganze Unendlichkeit führt Wir durchstrahlen diesen Raum und gleichzeitig strömen wir in uns auf Und bilden Wurzeln nach unten Es kann sich anfühlen, als würden wir in einem Fahrstuhl nach unten fahren Oben lassen wir dann los Wenden den Innenraum nach außen Haben mehr die Verbindung zum Licht Und führen dann die Hände langsam nach unten Der eigentliche Weg nach unten findet im Innern des Körpers statt Und die Hände begleiten den nur Ich gehe innerlich runter in mir Spüre meine Größe Und spüre, wie ich wie Aus dem, wo ich vorher eingetaucht war Heraustauche und auftauche Und da bin Die Enge der Arme ist nur dazu da Dass mein Inneres reagiert und sagt Ich lasse mich nicht eng machen Und sie eigentlich mehr Weite erleben Als sie es erleben würden Wenn die Arme nur normal an ihnen herunterhängen Eintauchen Und auftauchen Hinten sein Und vorne sein Mein Stern über mir Mein Stern unter mir Mein Engel Mein Engel In mir Mein Engel Aufströmen Und abströmen Eng werden Eng werden Und weit werden Einströmen Und ausströmen Und ausströmen Aufströmen 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 Und abströmen Aufströmen Aufströmen Atmen 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 Dann fängt es an Dass man bewegt wird Erstaunend Berührend Berührend Befreiend Befreiend Ermutigend Das ist Eintauchen Und auftauchen Hinten sein Und vorne sein Mein Stern über mir Mein Stern Mein Stern unter mir Mein Engel In mir Aufströmen Und abströmen Eng werden 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 Aufströmen und Abströmen, eng werden und weit werden. Atmen, einströmen und ausströmen. Atmen. Dann fängt es an, dass man bewegt wird, erstaunend, berührend, befreiend, ermutigend. Das ist Eintauchen und Auftauchen. Die Kraft der Gesundheit. Hinten sein und vorne sein. Mein Stern über mir. Mein Stern unter mir. Mein Engel in mir. Aufströmen und Abströmen. Eng werden und weit werden. Einströmen. Und ausströmen. Und immer das Gegenteil, gleichzeitig. Aufströmen und Abströmen. Eng werden. Und weit werden. Einströmen. Einströmen. Und ausströmen. Und ausströmen. Atmen. Dann fängt es an, dass man bewegt wird. Erstaunend. Berührend. 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 Befreiend. Ermutigend. Und berührend. Das ist Eintauchen. und auftauchen. Untertitelung des ZDF, 2020